Und wenn ihr sehen wollt, was es jetzt mit dem Scheiß auf sich hat, dann müsst ihr jetzt weiter zugucken. Ha, dranbleiben. Löwenzahn. Bonio, meine Freunde der Leichter und Zeichenunterhaltung. Wie ihr jetzt sehen könnt, spielen wir FaceRig. Und FaceRig ist so ein Game, das haben richtig viele... Ha, ich hab' schon getan, das ist ein bisschen. Ist okay. Richtig viele Leute schon gezockt inzwischen. Ich fand das aber super lustig und wollte einfach mal mit einsteigen. Ähm, wie ihr jetzt schon sehen könnt, hab' ich überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Ich hab' mich da noch überhaupt nichts mit auseinandergesetzt. Das ist das erste Mal, da ich das gerade gestartet habe. Und ich weiß, dass man hier super schöne Sachen machen kann. Ich probier' das ein bisschen zusammenzuschneiden, aber ich glaub', das muss man gar nicht mal. Ha. 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 Ich glaub', ich könnte auch bei sowas arbeiten. Wenn euch jetzt gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ich, wie gesagt, schau' mich jetzt langsam mal ein bisschen um. Ah. Boah, das hat irgendwie ein bisschen verkrackte Augen. Verkrackte Augen. Verkrackte Augen. Ich mach' Kekse. Viele Kekse! Kekse, Kekse! Ja, tschüss Avatar im Hintergrund. Hallo, mein Name ist Doji. Und ich bin ein ziemlich arroganter... Ziemlich arroganter... Und der kann ja so machen, so. Ja, genau da. Jo, Bauchscheine! Das ist so nett. Mach mal Darkface. Und der kann zum Beispiel auch den skeptischen Blick. Seid ihr bereit? Drei, zwei, eins... Du amusierst dich, ne? Du amusierst dich, ne? Du amusierst dich, ja. Du amusierst dich, ja. Du amusierst dich, ja. Du amusierst dich, ja. Okay, machen wir weiter. Oh! Oh, hallo! Guten Tag! Die haben ein bisschen Stock im Arschstecken, ne? Oh, ja. Ja, ja, ja. Wie weit geht's rein? Wie weit geht's rein? Welche Hände eben? Ne? Warte. Gar nicht. Aber ich kann die Glöckles bewegen, an der Seite. Ja. 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 Also ich muss sagen, das arbeitet vergleichsweise wirklich akkurat. Da bin ich, da bin ich wirklich verwundet. Links Auge zu, rechts Auge auf. Umgedreht. Ja, da ist noch ein bisschen... Siehst du mein Auge nicht? Siehst du dieses Auge? Warte. Jetzt aber. Guckt sie auf ihre Brüste? Guckt sie auf ihre Brüste? Guckt sie auf ihre Brüste? Sieh das denn ja nicht. Ich glaub ich hab' ein bisschen einen an der Matte. Ich hab' gestern. Leute. Ich hab' gestern. Ich hab' gestern. Ich hab' gestern. Ich hab' gestern krieg' ich einen an der Matte gehabt. Nee. Und... Guck mal, sie wirkt noch so ein bisschen bis drücken dann. Also der kleine Rüchen. Ich mach's doch gar nicht. Guckt, wie ich aussehe und guckt, wie sie aussieht. Das stimmt nicht. Sie guckt immer wie der Besoffene. So guckst du dann. Das ist herrlich. Okay, warte mal weiter. Hallo. People. Persons. And... Drunkfellas. How are you today? I'm feeling quite fluffy. Mhmmm. Boah, das sieht so aus, wenn einem gerade ein... Ein Riech abgeht. Mhmmm. Das war's joch. Mhmmm. 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 Oh, hallu. Hallo. Na. Kannst schon das eine Auge zu haben, obwohl... Ich hab's zu. Ich hab beide zu. Mhmmm. Vielleicht an der Stelle doch mal zensieren. Guck mal. Alter, wie flauschig ich bin. Ich bin der flauschigste Motherfucker. Mhmmm. 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 Guck mal. Warte, jetzt müssen wir wieder... Warte, jetzt machen wir wieder... Die ganzen Frauen haben einen Hengier. Ja, gestern nicht? Hä, gestern nicht? Ja, obwohl... Warte, sie ist bestimmt französisch. Sie ist so irgendwie mit ihrer Bluse so zusammengeknüpft. Warte. Ich hatte gestern... Richtig. Ja, magnifique. 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 Einen... Hängen. Oh. Richtig einen Hängen. Oh. Richtig einen Hängen. mit der Niki in der drüchten Kurve. Hahahaha. Der Fittl. Der Fittl. Warte mal, der Fittl. Der Fittl. Oh, kommt die auch nicht heran? Hallo? Hallo? Na? Du kleiner Angst. Was ich merke, oder? Ist das auf ihre Brüste? Ist das auf ihre Brüste? Die macht dann die Augen zu. Lord Bugor. Ich bin... Ich bin... Ich bin Bürger. Meine Lebensträume gehen in Erfüllung. Huuuuu... Huuuuu... Haha. Große Zwiebel, Motherfucker. Ich bin der süßeste Burgermann. Mhhh. Dann tut mir einen Kuss. Dann tut mir einen Kuss. Waaaaaaaaaah! Waaaaaaaaaah! Hehehehe. 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 Zuckapüppchen? Hast du schonmal meinen geschmolzene Käse gesehen? Oh, der war gruselig gerade. Dann machen wir lieber mal weiter. Oh, der ist schon direkt betrunken. Oh, der ist schon direkt betrunken, Leute. Hehehehe. Der ist schon direkt... Hehehehe. 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 Kurzkritisch gucken? Kurzkritisch gucken? Nur ein bisschen näher an die Kamera. Hehehehe. Guck mal, seid ihr da? Seid mal, Leute, seid ihr da? Leute, seid ihr da? Hehehehe. Guck nochmal, Gussi. Hehehehe. 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 Ich bin ein trauriger Skirtchen. Ich hab hundert Euro bezahlt für den neuen Wildscats. Hehehehe. 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 Optimized sogar. Guck mal, Leute. Ich bin Optimized! Seht ihr das? He? Seht ihr das? Ich bin abgereicht. Morozito. Ja, Anime. Oh ja. Gucke große glübsche Augen. Oh ja. Hallo. I'm a really nice girl. And I come from the city. And... I'll look at my boobs. Hat er hingeguckt? Die gucken wieder runter. Links, rechts, rechts. Hi. Hi. Ich bin ein bisschen schwierig. Ey, sie guckt wieder besoffener. Ich hab gar nicht so ein Hängerauge. Ich bin die Tanja. Ey. Ey, ey, ey. Ich hab ein bisschen schnupfen. Aber guck mal, sie sieht so ein bisschen so... Können wir so eine sexy 80er Jahre Haarwerbung... ...Flip machen? Warte. Oh. Oh, Alter. Warte. Oh. Oh, wie die das herflippen. Oh, ich könnte den ganzen Tag flippen. Oh. 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 Ich bin der böse Wolf. Und deswegen bin ich auch manchmal ein bisschen sexisch. Weil die Bösen, die sind immer Sachsen. Ja, ja. Gucken Sie mich an. Gucken Sie mich an. Ich hab im Leben nix gelernt. Ich war mal früher Warbeiter. Jetzt. Wo sind wir hin? Wo sind wir hin? Ich sag mal, zurücklehnen. Und relaxen. Leute, relaxen. Oh, oh. Was�니다. Ich geh über den hier. Alles auf die Baum die Schritte. Und jetzt sehen sie. Zappen. 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 Ib év fitness ist. Das wir ja. ios. Later now! Okay. Oh, hallo, schöne Frau! Haben Sie vielleicht schon meine Waffe gesehen? Der sieht aus wie jemand, der definitiv Sarahs Haarsstimme verdient hat, von daher... Hallo meine lieben Freunde! Willkommen zurück auf der Ami-Basis! Ich hab meine neue Knarre rausgepackt hier. Ist noch nicht ganz aktuell. Aber wir können da nochmal drauflegen. Siehst du die Knarre? Siehst du diese Knarre hier? Nee, schon ziemlich süß, ne? Die ist auch echt groß. Die ist wirklich ziemlich groß. Die ist wirklich... ...richtig! Ich glaub, heute... Leute! 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 Ich muss immer so schielen nach unten... Leute! Ich glaube es hat jemand einen fahren lassen. Iiii! Ekelhaft! Iiii! Ui, das ist aber... Das ist aber ekelhaft! Nicht? Das ist aber ekelhaft jetzt! Der Lava-Bus. Uuuuh! Puh, habe ich aber heute Morgen ein bisschen zu lange in der Sonne gelegen, nicht? Ich bin ein Dichmann, nicht? Ich komme aus der Hölle. Ich habe auch ganz viele Freunde da gefunden. Ich bin mal ernst jetzt. Ich liebe nicht alles, was da mit dran ist, aber es ist schon sehr viel. Also wir können auch natürlich ein bisschen glücklicher darüber. Ich habe gesagt, du sollst jetzt zuhören und die Fresse halten. Nichts mehr mit rumalbern. Guck mir in die Augen. Guck mir in die Augen. Und jetzt like dieses Video. Sonst komme ich zu dir nach Hause. Wäre geil, wenn die so Lieder singen würden, oder? YMCA. It's fun to stay in the YMCA. They can play everything from your man to enjoy. Er fühlt die Musik richtig. Well, you can hang out with all the boys. It's fun to stay in the YMCA. Guten Tag, mein Name ist vollgecrackt der Priester. Am Wochenende. Am Wochenende. Nehme ich auch schon mal ganz gerne. Ein paar Kegelchen, alles nicht so viel. Aber das ist ja... Ne, wer, wer, wer... Gibt schon großartigen Trick drauf, Leute. Also, ich meine, das Video hat... Ei, 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 hier, 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 oh, da kommt wieder der Hase wieder, den hab ich am Wochenende gesehen, jetzt, Leute! Habt ihr den Hase gesehen? Leute, es ist auch Big Greg im Spiel, es ist auch Big Greg im Spiel bei uns zu Hause. Kein Job, kein Job, kein Job, kein Job! Da war der Hase wieder! Habt ihr ihn gesehen? Ich glaub, der Hase verfolgt mich, Leute, also kein Joker. Ich glaub, der Hase... Ich hab ihn grad eben gesehen. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Hase ist zu, aber der Gegner ist... ...und... ...hahaha... 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 Ihr seht, alle toll. Und jetzt genießt dieses Video zu Ende, wenn uns das gefallen hat, dann würde ich gerne... ...dank würde ich gerne... ...hör mich, hör mich, hör mich, hör mich, hör mich, hör mich zu... ...hör mich zu... ...hör... 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 ...hör mich, hör mich zu... ...hör mich, hör mich zu... ...hör mich, hör mich zu... ...hör mich, hör mich, hör mich zu... ...hör 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 mich, hör mich zu... und gerne nach oben bei euch sorry da war der Hase gerade wieder ich höre mich wieder das ist einfach ich habe heute nicht gerne dann können die gerne den Daumen lassen den Daumen lassen lasst den Daumen da ja lasst den Daumen da hier lege ich jetzt schlafen Leute ich bin ziemlich müde ich will mich jetzt hier hinlegen und lasst positive Bewertung da Mutale Mutale